So, hallo und aller herzlichste Willkommen zu einer Runde League of Legends mit dir im Ghost. Alter, der macht nur 66 Anfangs-Demail. Okay. Allerdings ohne irgendein Item, nur mit Runen-Meisterschaft. Ach, ob ich mir eine Speerlinse oder Wort kaufen sollte. Ja, spreche. Wessen Verstand wollen wir brechen? Wessen Verstand wollen wir brechen? Warum macht der nur magischen Schaden? Achtung, da kommen welche. Alter, der macht nur magischen Schaden. Warum ist es dann bitte ein ADC? Vor allem, warum bin ich auf AD gegangen? Und bin das Ding unter dem Bett. Die Vasallen sind erschienen. Aaaaaaah. Kick. Ähm, ja, ich spiel Trash. First time und... Oh, der Ghost hier. Oh. Ach, das zieht ja auch gar kein Mana. Nein. Gar nicht. Trash stimmt doch nicht. Was ist der Wert einer Seele? Äh. Warte, ich kann ihn hooken. Hol ihn dir. Oh, muss der rausflashen. Bruh, Flash wurde provoziert, ne? Der Flash wurde provoziert. Hier, hol dir die Seelen. Oh, oh, die Seele. Nein, sie verschwindet. Oh, war das knapp. Oh, oh. Was? Seelen. Hab schon zwei Seelen. Mach ich hier jetzt die Laneswarpfen oder was? Ja, der braucht halt Hilfe hier offensichtlich. Ja, haben sie gemacht. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Okay, meine Lantern habe ich jetzt auch. Ich glaube, die harmonieren ganz gut. Ja, sind beides ekelhafte Dreckskicher. Vor allem Fresh Solutions schlimmster Feind. Ich habe einfach meine Angriffsreichweite erhöht. Ich habe erst drei Seelen, Mama. Vier. Lausch. Also, ich habe meine Laterne jetzt, ne? Oh, ich will die Seele. Okay, die kriege ich nicht. Ups, habe ich da ein Board gecleared? Lol. Och, kacke, war das schlecht. Die Seele. Meine. Oh, noch einen. Kriegt aber schon gut auf die Fresse. Der Trash gefällt mir echt. Ich denke, als nächstes spare ich auf den. Crash ist auch geil. Ja, klar, der kostet dafür aber auch 6.000. Das ist halt ein OP-Support, ne? Ja, ist so. Hier nochmal. 130 erhöhte Reichweite, alter. Na, Schaden kriegt der schon ganz ordentlich. Mich wundert, dass ich bisher so viele Attacken machen konnte. Evelyn. Hä? Was geht hier? Lol, lol. Sorry. Das war so nicht ganz barbsichtig. Aua. Hier, hol dir den, äh, einen da. Ja, genau den. Ich könnte den auch versuchen zu rücken. Also. Ach, okay. Schade. Und was macht jetzt deine Kiste? Da ist übrigens Luschen-Frau drin eigentlich. Äh, das ist meine Ulti. Die hält die alle fest. Ne, ich meine deine passiven. Äh, das ist nicht mehr Rüstung und Fähigkeitsstärke. Luschen-Frau drin ist in deiner Laterne eingesperrt. Apo. Ah. Haha. Wie geil. Der Tag ist einfach awesome. Oh, kack. Oh, ja, das war kacka. Ich wollte eigentlich nur dahin gehen, um die Seele mir zu slacken, wenn einer rauskommt. Aber okay. Ist zufalls generiert, ob du eine Seele kannst? Äh, ja, nur manchmal. Bei Kleinwassalen nur manchmal. Ich setze hier noch ein Ward. Ja, okay. Ich kann da mal nach einem Ward absuchen. Ich kann sogar meine Anschlussreichweite erhöhen. Das ist so richtig abartig geil. Kann ich mir vorstellen. Das ist eine Seele. Gib die Seele her. Achtung, Moment. Ja. Ich kann in Maruken. Achso, der kriegt Achtung. Hahaha. Die kriegen ja, der kriegt ja gar kein Damage. Wollen wir mal weggehen oder wollen wir noch bleiben? Wir können noch bleiben. Ja, von mir aus auch. Wir müssen halt jetzt nur aufpassen. Ich kann einfach meinen Angriffstempo erhöhen. Auspeitschen. Trashs nächster Angriff verursacht zusätzlichen Schaden. Ich glaube, die wissen nicht, dass meine Angriffgriffsreichweite erhöht ist. Ja, komm, gib mir eine Seele. Zum Glück habe ich Heil noch dabei. Ah, okay, jetzt müssen wir aufpassen, da ist der Ward weg. Ich habe schon 11,25 Angriff und Rüstung. Okay, das ist geil. Die haben da einen Ward nämlich drin. Ja, Lulu hat da einen geplaced. Ich frage mich nur, was die machen. Ich könnte jetzt versuchen. Der Gegner wurde getötet. Okay. Ich glaube, ich spiele Korkmor mal öfter. Der ist eigentlich voll geil. Ja. Oh Gott. Was war das? Ja, ich habe gedacht, ich kann den... Nee, ich frage mich gerade, was die Angriff hat. Mein E. Guck mal, wie der Lulu gerade aufs Mold kriegt. Weil ich meine... Ah! Erfüllte Angriffsreichweite. Fick dich, Lulu. Nein! Okay. Oh ja, soll er ruhig auf mich schießen. Ja, komm her, hä? Willst du noch mehr auf mich abschießen, oder was, du Wischmob? Könnte ich, glaube ich, die Luschen sogar treffen. Pass auf. Ich habe gleich heilen. Heilen schon. Auch. Hier, hol dir mal den hier oben. Danke. Ja, das Geile ist, halt, du kannst mit Korkmauer richtig auf Abstand bleiben. Ich habe 40 lebendige Artelegrie-Schüsse. Okay, jetzt sollten wir vielleicht gar weggehen. Ich kann die 40 Mal hintereinander einsetzen. Nice. Aber die kostet jedes Mal mehr Manor. Alter, wie abartig. Wie abartig stark ist das denn? Okay, ich habe jetzt Sidestones schon. Das ist natürlich sehr schön. Okay, wir sollten da jetzt ganz schnell hin. Oh, dead Nunu. Aber was habe ich damit für eine Reichweite? Ja, ich habe die Kiste sehr schön. Sehr schön. Oh, das ist aber eine Mini-Reichweite. Dafür halt 40 Schuss. Ich habe schon 15 Rüstungen. Ich kann die verlangsamen und dann meine lebendige Arte drauf abfeuern. Goll. Hier ist eine Säbe. Oh ja, danke. Ich habe keinen Mana mehr. Schon. Ja, durch die Arte. Alter, das Problem. Tade. Aber gut gedacht. Ja, eigentlich hätte ich die... Ich wollte eigentlich nur, dass ich den Ward hier clearen kann. Ich habe... Ich habe noch einen, warte, warte. Ich hätte auch einen Heldfunk gehabt. Ja, aber... Okay, du kannst... Ah, er musste schon wieder Barrier einsetzen Ach für ein Lauch Nein, jetzt ist er weggekommen Oh, ist egal Fast Ich hab 25 hier Kannst du nicht irgendwas machen? Nein Scheiße, ich sterbe Scheiße, das war dumm Das war einfach nur dumm Ja, das war Das war echt dumm Ich dachte eigentlich, dass ich Ja, ich dachte ich hab mehr Range Aber ich konnte ihn nicht antippen Hm Du hast, bist auch gestorben? Ja Okay Na, das ist kacke Geiles, irgendwie Ich hab für meine passive keine abgelehnt Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich den Wenn ich mich an ihn ranziehe, dass ich den Damage drücke Ihn zu töten Um ehrlich zu sein, dachte ich das so Aber okay Oh lol, ich kann meine Ulti so lange machen, bis ich Bis ich keinen Mana mehr hab Meine Ulti ist praktisch unendlich Du solltest aber Das wird's vielleicht nicht machen Nee Oh, du schon Hier, Seelen, überall Oh je Kriege ich die noch? Oh je Kriege ich die noch? So nicht Bäm Vor allem das bricht auch noch die Rüstung Ich stelle mal kurz Wards Ah, das ist okay Ich kann ja drei stellen Ähm Bäm 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 Aja Bäm 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 Neun Sekunden Ja, Seelen für dich 4 Ja, hab ich Gutes, ich kann halt richtig Oh oh Er hat zum Tower laufen sollen Das ist so kacke, wenn die sich unsichtbar macht, da kann man nichts machen Ja, das stimmt Vor allem, weil die schon richtig hartfeedet ist jetzt Ja, aber nicht von uns eigentlich 5-0 Ja, ich bin an ihr einmal, zweimal jetzt gestorben und du einmal eben Ja, ich bin zweimal jetzt gestorben und zwar an ihr, glaube ich auch Ja, da können wir aber nichts machen, das Können wir einfach nicht Das ist uns, sie ist unsichtbar Mit so einem Champion, da muss man auch nicht gut sein Ja, und vor allem jetzt hat sie auch noch Kale mit Ja, guck, da muss man auch nicht mit gut sein Ja, ich hab keine Ahnung Oh, musste der flashen Ohne die würden die Delayen richtig verkacken Oh, das wars Ja, hier ist kein Wort mehr drin Ja, das haben wir aber auch dringend nötig Ja, wir pushen immer ein bisschen, die Evelyn ist ja nicht so gezeichnet Alter, das Damage rausgehauen Alter Ja, ich hab keine Ahnung, die Evelyn ist ja noch gekriegt Ja, in meinen Namen habt ihr die Evelyn ist ja noch gekriegt Die Seele gut ich hab jetzt schon 35 seelen wir müssen nur den tower nur so schnell kriegt man nicht pass auf die evelyn die kommt jetzt höchstwahrscheinlich ich sehe sie nirgendwo wir sollten lieber ganken oder back gehen anstatt ja ok der odia ist in der nähe dann können wir den ja das war doch mal ne schöne ulti boah junger alter meine kuh haut schon so krassen damage raus gib mal deine seele her die keil kommt nein die schaffen wir nicht was du siehst du mal ihre items wir könnten die keil eventuell schaffen aber weil sie nicht holt ja jawohl ok lassen wir es die evelyn kommt jetzt genau das ja sie stirbt sogar boah nice boah ich hatte flash und heilen sonst wäre ich da nicht raus gekommen gut jetzt habe ich das support item du solltest vielleicht jetzt auch langsam weg gehen boah schlecht damage macht es ja nicht die ks ist natürlich heftig und habe dort brauche werden clean 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 flu wir reden von wie das unser taucher steht da vor was will der eigentlich haben wir mein Ja, war so, aber ich wollte ihn ein bisschen ärgern. Loll, der General hat schon Last-Rust, äh, Schutz. Ich wollte zeigen, wer ihm ein Mann im Haus ist. Ja, du bist eher das Etwas im Haus. Hier. Oh, Loll. Die war ja scheiße. Äh, ich hab immer eine Brüste. Äh, Loll! Ich hab meine Ehe gemacht. Hier sehen wir, okay, Last in the Middle Game. Wir ficken die von hinten. Wir ficken die von hinten. Oh, guck mal, das ist die Evelyn. Das ist gut. Alter! Ja, wohl. Achtung, die kommt hoch. Bleiben. Evelyn! Evelyn! Komm her! Komm her! Komm her! Waaah! Ich hab's noch mal weg! Ja, jetzt hat's mir aber hier, man reicht hier. Ja, gut, dass ich so viel Mana raushauen kann, wie ich eigentlich will. Ich hab ne übel geile Mana nach Regeneration. Waaah! Aber langsam sollten wir vielleicht hier mal weg. Ich hab's noch mal weg. Ich hab' noch mal ein Support Item. Oh, Leute, sogar getroffen. Oh, Leute, sogar getroffen. Oh, Leute, sogar getroffen. Das sind Sehnen für die... Jetzt sollten wir weggehen. Anstatt, dass er an die Laterne rangeht. So, da getroffen. Ich hab' noch mein Support Item. Da! Da! Der soll mal sich verfliegen, ja. Ja, der hat keine Rüstung mehr. Kommt her! Hab' ihn! Ja, ich hab' ihn mit dir. Freifachköpchen! So muss das! Und ich hab' nicht mal Leben verloren! Ja, aber pass auf, die ist unsichtbar. Ja, die ist unsichtbar. Ist auf jeden Fall sterb. Und ich hab' mich mal Leben verloren. Ja, aber pass auf, die ist unsichtbar. Soll ich lauf es einfach nicht? Jetzt geh ich weg. Oh, Igide der Legion. Soll ich hinschauen? Ja, unser Bot-Tower. Egal, wir haben Defending. Ja, ich wollte es nur mal sagen. BIRGY! Also ich bin jetzt Bot, hol mir mal ein bisschen Farmen, ok? Ja, ich muss kurz, äh, hier. Heiz uns will. Jetzt will Evelyn ankommen. Moment, die machen wir gleich. Jo, ich kann aber nicht mitmachen. Kurz Ruhe namens. Dann klingelt er unendlich. Oh, Mitte. Oh, oh. Nico, ich glaube, das müssen wir dämpfen. Nein! Du guckst da drauf. Guck dir den Damage an! Den Damage! Ich hab den Solo fast gemacht. Und die anderen beiden sind auch richtig. Alter. Das tat den Lava weg. Hei! Gebt mir Seelen, gebt mir Freude. Vor allem, ich hab jetzt Moon-Arms. Oh, okay. Ja! Sie ist gestorben. Ich halte sie auf! Okay. Da konnte ich dir nicht helfen. Nee, ist nicht wichtig. Ich wollte sie nur aufhalten. Ja, und jetzt hab ich dich schwingt. Ja! Weißt du, ich hab nur 140 Attack Damage, aber richtig harten Damage raus. Geht das? Ich hab 48 Attack Damage und 90 Ability. Weil ich schon 66 von den Seelen hab. Das ist ja gar kein abartiger Damage. Leute, ich war grad unsichtbar. Das war irgendwie buggy. Garen. Nicht Garen. Garen ist tödlich. Ja, da kann ich das gut verstehen. Der lockt uns nur. Wenn die Evelyn kommt, haben wir ein Problem. War am Arsch. Ich helf ihm mal kurz beim Dragon. Wessen Verstand wollen wir begreifen? Wessen Verstand wollen wir begreifen? Alter, ich hab den Dragon mal eben so 400-500 Damage. Dann kannst du ihn... Au. Was ist passiert, wenn man zu greedy ist? Dieser Dreckschingchao, ne? Der kann nichts. Ähm. Lauf weg da. Weißt du, ich hab Evelyn noch fast. Hä? Meine Ulti kostet so wenig Mana. Ja. Ich glaub, wir haben hier ein Problem im Weg. Wenn er laufen. Oh, Leute. Das war ein bisschen Fail. Nein. Gott. Tord du dich ruhig schon mal weg. Warte kurz. Hör ich mal hier kurz die Golems ohne Life-Vonus. Ich brauchte lange nicht mehr meine Passiv. Oh, ich den Schaue kriegt aus dem Auge. Nein. Ach, für ne Überraschung. Nicht. Ey, Junge, ne? Seelen, 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 seelen. Zusätzlich 53,25, äh, Ability. Lol, wie viel Damage die alle rauskloppen. Töte mal wer die Evelyn, bitte. Danke. Achtung, Nunu. Nein, er ist noch gestorben durch mich. Drei Lebenspunkte hat er noch. Das ging grad aber richtig ab hier. Äh, hier klinge. 1,414 geht als Supporter eigentlich voll. So, ich brauch noch 2000. Schon wieder der Bug. Oder ist das so animiert? 450 absoluten Schaden. Oh Gott. Ah, ich will Schaue, der so viel kann. Ich will kein Gegner zusammenziehen. Hier können jetzt einfach HOT eigentlich durchpushen. Oh, ich will hier kurz reinfaffen. Oh, ich mach ja nicht irgendwie viel Damage. Obwohl ich nur 194 Angrittsschaden hab. Oh, komm, wir teuchten dich. Jo. Ich hab gemerkt, ich sollte die vielleicht nicht solo machen. Oh. Und jetzt ist sie langsamer. So aufhebelend. So aufhebelend. Wie geil. Der Leiche läuft da rum. Hä, wen kann ich killen? Buh. Oh, wie bitter. Kannst du die steuern? Lol. Äh, die enden das jetzt nicht, die sind viel zu inkompetent dafür. Ist so. Das ist echt so bitter. Der steht 0,5,7. Das ist schlimmer als ich. Und er spielt eigentlich Supporter, obwohl er keiner ist. Und die Mülphine ist jetzt unnötig gestorben. Und das ist so bitter. Und Oodiyah... Uodiyah wechselt aber nur seine Form. Muss man sagen. Ich glaube, Garen hat uns jetzt in so einem Hinterhalt, ey. Ich glaube auch. Was mag Garen machen? Was meinst du, können Wann ihn machen? Die sind so greedy. Ja, können wir. Jetzt kommt Evelyn gleich. Na komm. Bekommst es ja früher Beryl in die Base. Oh nein, das geht nicht. Können wir nicht schaffen. Oh, super. So geil mit meiner W kann ich einfach machen, dass ich außerhalb der Range bin. Jetzt habe ich mal zum ersten Mal keinen Mana mehr. Es hat sogar noch geklappt. Ich dachte echt nicht, dass wir das schaffen. Aber jetzt sind sie halt harter Marsch, ne? So, jetzt. Die nur fragen sich gerade, wie Beryl ist. Oh Gott, sind die alle greedy. Ähm, Leute. Bei mir gerade einfach nur meine, äh, meine Artelie raus. Garen ist bot. Ich komme gleich. Ich muss hier gerade nur mit meinem abartigen Wave hier. Die Avalyn kommt gleich. Nein, Avalyn, das oben. Okay, da wohl Montagrin. Die ist weg. Ja, ich denke, wo er ist. Hat er sich weggeportet? Ne. Dann lass' Draco machen. Wenn wir beide das schaffen. Okay. Ich hab' eben den Dragon fast so gut. Okay. Lass uns den Gegner Blum machen, wenn's denn noch gibt. Den brauch ich auf jeden Fall. Dann kann ich nämlich meine Ulti rausnehmen. Amar. Es gibt wohl nix mehr. Dann solltest du dir Botform holen. Hab' ich gerade mal eaktiviert? Oh, der Rave gibt plus 79. Krass. Äh, unnötig. Oh, ich fühl mich hier ganz alleine. Ja, ich bin auf der Lane. Hast du das gesehen, wo die, äh, das Video gesehen, wo die die neue Map vorstellen? Ja. Da ist Kevin. Kevin. Oh. Das ist nicht dein Ernst. Ja, ich hab' verkackt. Los, lauf hinterher. Obwohl, nein, nochmal nicht. Oh, Ulti Stufe 3. Tja, da kann man nicht mehr so schnell raus. Hör auf, Ulti Stufe 3. Hör auf, Ulti Stufe 3. Hör auf, Ulti Stufe 3. Tja, da ist schon ein Wetter für den Loosen. Ja, du hast nen guten Farm. ähm, die Evelyn hat 248 ja, wie lange noch? ja, wie lange noch? Riko, dein Mikro ist oben jetzt nicht mehr ja, das nervt, das war die ganze Zeit oben ja, wie lange noch? wieso denn? ok, dann starte ich gut wie lange noch? nicht mehr lange, Jakob, dann fang ich schon an zu spielen wo ist Evelyn? Cockmore OP Trash find ich auch gut ich muss gleich nochmal nach Blubuff gucken ich brauch den die ist nicht irgendwie richtig hart feeded nö so viel zu spiel anfangen, ne? ja ich könnte mir den hooken ich bin so langsam warum werde ich denn Fokus Fokus, Evelyn so hart take mach ihn ja 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 ja, wie soll ich da denn noch was? Flinker Krummsäbel was ist Evelyn Magie, ne? ja, ja dann geh ich auf Flinker Krummsäbel ja dann geh ich auf Flinker Krummsäbel ja 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 wusstest du wusstest du das bei Lucians Ulti desto mehr Schüsse abgefeuert äh, mehr Schüsse abgefeuert werden desto schneller, also krasser dein Angriffstempo ist oh ne komm schon was ist jetzt mit meinem Mauszeiger los jetzt habe ich den schwulen Mauszeiger na gut, ok ach, ich bin gleich da sag mal, ah jetzt gehts wieder mit dem Mauszeiger Nico Blue hm ich komm mal besser ernst da kann ja auch nix machen also was die auch schon für ein Lauftempo hat das ist krass das ist unglaublich kritische Treffer habe ich 25% das ist ja nichts die enden das nicht die enden das nicht die sind zu dumm damit hier ja, wer soll denn dessen komm, die brauchen nur noch einen Hit tsch ja fuuu da j ja 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 Oh, 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 der Nuno! Nico, der Nuno! Habe ich die einfach mal alle gerade gecleert? Alle vier Gegner bis auf Evelyn habe ich gekriegt. Doch, Evelyn habe ich auch gekriegt. Ne, doch! Klar! Ich bin schon wieder fast voll live durch mein Lebensraum. Dein Blub kannst du dir, glaube ich, jetzt noch abholen. Hm, mache ich auch. Dann spame ich einfach nur noch meine Ölchen. Ich habe nur noch einen Sekunden abklingt. EIN SECUNDEN! Der ist nicht da. Ich glaube, das ist nicht. Hol ich mir halt Luschen. Neck. Bin ich der Einzige, der so lahm ist? Ich habe doch schon 456er Lauftempo. Ich wollte den nicht mal stealen. So, ich hole mir jetzt mal Blub auf, wer gut findet, wer mitkommt. Ja, die ist aber schon wieder da. Die würde sich, die hätte sich denn schon nix wählen. Alter! Ach, der Dragon war ja nicht schnell. Evelyn is in der Base! Komm, Rhythm, halb sich nur noch kurz auf. Go! Du musst den Sonnenfeuerumhang noch mitnehmen. Jawohl! Wir sind ja gar nicht schnell tot. Ich habe alles aktiviert, was ich aktivieren konnte. Und diesmal wirklich alles. Jede einzelne Fähigkeit, die ich aktivieren konnte, habe ich aktiviert. Und jetzt wird der richtig tanky, der Gute hier. Warum habe ich so viel Rüstung? Boah, die sind in 20 wieder da. Ja, dann müssen wir schnell den Nubi drauf retten. Guck mal. Evelyn is wieder da. Weg. Nein. Nein, doch. Doch. Wir kriegen die. Wir kriegen die. Jetzt kurz weg. Kurz weg. Kurz weg. Wir haben sie, jawohl, und weg hier Lauf doch, lasst mich zurück Wollen sie doch herkommen Ich krieg durch meine Passive schon, hab ich schon 98 98 Fähigkeit, Stärke und Rüstung plus Bei mir steht hier, ja, 98,25 Ey, der ist sowas von selbstmordgefährdet, echt Muss kurz backup mir ein Altypne, und zwar welches, was Mana bringt Ähm, Mana Stab des Erzengels Nein, nein Hier alle wohnen Wir frohen das Herz Warte Hast du dir ehrlich dieses Pentacle-Symbol gekauft? Hatte nichts besseres zu tun, zu kaufen, besser gesagt Nur die Spielgarten, Trash, das geht richtig ab Gibt immer was zu kaufen Nee Champions hatte ich grad nicht Oh Gott, oh Gott, die Riven Der Garen, der macht da jetzt schon 300 Damage Ey, die checken's nicht Ich komme Moment Oh Gott, war das fair Abklingezeitverringerung Schwarzes Beil Soll ich mir C4 oder ein schwarzes Beil holen? Wurde nicht Aber ich hab dem Garen grad mithilfe des Towers mehr als Half-Life gezogen Ich hole mir C4 Oh, 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 ich komme Ich komme Ich gehe zum Ich gehe zum Ich gehe zum Ich gehe zum Das ist Ich gehe zum Das geht hier richtig ab Jetzt stehen die Kills exakt gleich Und gepusht ist auch exakt Naja, okay, fast Fast gleich Und so, ich bin jetzt Full Item Jetzt kann ich mir noch Heimwachschuhe kaufen und dann war's das Dann kann ich hier noch irgendwelche Ich könnte mir hier eine Erweiterung Erstmal die Ulti raus Spam Alter Vor allem, ich hab so drei Sachen, die ich aktiviere im Kampf Ich hol mir jetzt hier Das gibt mir plus 25 50 Angriffstempo Also plus 50%, plus 10% Lauf Und plus 10% Abklingezeitverringerung Ich denke, ich werde Ägide der Legion verkaufen Und dann hol ich mir noch Heimwachschuhe Och ja, ich bin ja jetzt nicht krass, ne 183 Rüstung 30% Abklingezeitverringerung Ich hab nur noch 0,7% Abklingezeit Ist Blubuff an? Ja Müsstest du dich jetzt beeilen Warte, warte? Der will den klauen Äh, geht schlecht, ne? Ja, genau deswegen habe ich ihn ja gemacht Den Blubuff Ich wollte, dass er den klauen Naja, ok Wollen würde ich es nicht nennen Aber ich hab gehofft, dass er es tut Ist Baron nicht da? Ne Geklau Oh, ich hab ja kein krasses Angehungs-Tempo Werf mal deine Laternen über die Mauer Jo, ja, jetzt hab ich sie grad für mich benutzt Warte, dann gleich Nimm Ja, ok Jetzt sollten wir in der Mitte Nein, nicht wirklich Brauchen wir, glaube ich, gar nicht Die sind ja alle bis auf Evelyn tot Evelyn ist aber bei uns in der Bar Egal, wir kriegen das schneller kaputt als sie Naja Ja, wunderbar, wir haben doch noch gewonnen Hatte ich nicht dran Ja, da hatte ich nicht mehr dran geglaubt Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Bis zum nächsten Mal Ja, euer Epochor zuckt